Jetzt beginnen ja am Montag, glaube ich, 374 Schüler sind es erstmal, siebte bis neunte Klasse, auch in fünf Zügen. Dass es keine Fördermittel gab, wo ich, ich sag mal schon ein Stück weit enttäuscht bin, so ein Herzensprojekt. Also ich habe das von Anfang an mit begleitet. Das Fahrrad ist bei siebten bis neunt Klässlern wahrscheinlich das Verkehrsmittel Nummer eins neben dem ÖPNV. Da gab es Kritik, gerade im Bereich, ich glaube, aus Kolkwitz Hähnchen kommend. Sie hatten eine Lösung angedeutet. Skizieren Sie die bitte. Herr Alte Krüger, eine neue Schule im Landkreis Spreeneißer. Wann gab es das letzte Mal? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen komplexen Bau schon mal errichtet haben. Also in den letzten 30 Jahren sind wir eigentlich dazu gegangen, immer Schulen aufgrund weniger Schüler zu schließen. Und wir haben uns natürlich für diesen Bau entschieden, weil der Bedarf da ist an Schülern. Eine Gesamtschule mitgenommener Oberstufe gab es nur in Kurtbus. Fünf, sechs zügig. Unsere Kinder des Landkreises wurden da auch regelmäßig abgelehnt. Dann sind nichts im Zuge gekommen. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir brauchen noch so eine weiterführende Schule. Man kann ja hier von der siebten bis zur zehnten Klasse, bis zur dreizehnten Klasse lernen. Also das Abitur auch machen. Kann also unterschiedlich auch in Zeiten hier rein wechseln. Nicht erst nur zur siebten, sondern zur zehnten, hälften oder zwölften. Und dann am Ende das Abitur machen. Das sind schon wirklich Vorteile. Und deshalb bin ich sehr, sehr stolz, dass wir diese Schule hier errichten konnten. Auch mit einer relativ sportlichen Zeit. 2019 gab es den Kreistagsbeschluss. Und am 31.08.2024 ist die feierliche Inbetriebnahme. Und am 2. September geht der Unterricht hier richtig los. Ja, über den Kreistagsbeschluss vorhin schon mal kurz gesprochen habt. Damals war ja das Bedenken, ob die Schule nicht viel, viel zu groß ist. Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten sogar mehr Anfragen als Plätze für die siebte bis neunte Klasse, die jetzt hier losliegt. Haben Sie die Zeiten so gewandelt? Waren Sie so weitsichtig? Oder hatten die Kreistagsabgeordneten einfach Unrecht? Also ich gehe mal davon aus, wir hatten nicht so ganz konkrete Zahlen. Und wir haben uns ja wirklich die Mühe gemacht, nochmal alles auf den Kopf zu stellen und zu schauen, wie ist denn die Realität in den kreisangehörigen Kommunen? Wie sind die Kapazitäten der vorhandenen weiterführenden Schulen? Und da kamen wir dann ganz klar zu dem Entschluss, wir brauchen eine weiterführende Schule. Die Genehmigung mussten wir dann beim MbjS, also im Bildungsministerium, einreichen. Die konnten wir davon überzeugen, dass die Notwendigkeit besteht. Die Zahlen, die wir dort ermittelt haben, sagen, wir können also hier eine Schule mit 625 Kindern Maximalkapazität errichten. Und bei der Anwahl vor zwei Jahren haben wir doppelt so viele Bewerber gehabt, wie wir eigentlich unterbringen können. Und das war schon mal die erste Bestätigung, dass wir genau richtig liegen mit unseren Annahmen. Im letzten Jahr haben wir dann schon aus Bedarfsgründen fünfzügig hier eingeschult. Und in diesem Jahr 2024 werden wir ebenfalls fünfzügig. Und ich bemerke nochmal, im südlichen Raum gehen ja zum Beispiel Weltsauer Kinder nach Großregen. Selbst Großregen hat eine zusätzliche Klasse einrichten müssen, um allen Wünschen gerecht zu werden. Das heißt, man merkt auch an anderen Schulen im Landkreis oder auch in Cottbus nicht, dass es diese Schule gibt. Im Sinne von, es müssen Schulklassen geschlossen werden. So ist es. Also ich stelle das auch fest, die Cottbusser Schulen sind auch gut und sehr gut gefüllt. Und die Cottbusser haben eher das Thema, sie müssen sich Gedanken machen, wie sie schnellstmöglich zu Schulen Neubauten kommen. Und wenn ich mal den Blick in die Zukunft werfe, Cottbus hat ein neues Bahnwerk bekommen, Cottbus bekommt eine Universitätsmedizin und Science Park. Hier werden wir einen Aufwuchs an Menschen haben, Zuzug haben und die Kinder, die Eltern müssen natürlich irgendwo beschult werden. Das wird nicht nur ein Cottbus Thema sein, sondern bei uns im Landkreis auch. Wir werden also von diesem Zuzug werden wir auch im Landkreis stark profitieren. Jetzt beginnen ja am Montag, glaube ich, 374 Schüler sind es erstmal, siebte bis neunte Klasse. Auch in fünf Zügen hatten sie es schon gesagt, aus der neunte Klasse, glaube ich, vierzügig. Was erwartet die Schüler hier? Also was ist besonders an diesem Neubau? Was ist besonders schön? Was ist besonders innovativ vielleicht? Ja, erzählen Sie uns was über das Gebäude. Ja, grundsätzlich ist es immer eine neue Schule, die jetzt gerade in Betrieb genommen wird. Sie ist auch, ich denke mal, innovativ. Sie ist barrierefrei in allen Bereichen. Wir haben hier die Wärmeversorgung, machen wir mit Wärmepumpen, ergänzend durch Gasheizung. Wir haben alle komplexe Unterrichtsräume, Kabinette, also Lehrkabinette. Wir haben für den Sportbereich entsprechende Ausrüstung. Wir haben eine große Dreifeldhalle, wir haben einen Außensportbereich mit einer 400-Meter-Bahn. Man kann hier alle Sportarten durchführen. Dann dazu einen Schulgarten und das ganz besondere Highlight ist dort ein autarkes Gewächshaus, wo die Pflanzen relativ automatisch bewässert und ernährt werden. Das ist schon was ganz Besonderes. Und das Besondere sehe ich auch noch daran, wir sind hier am Rande von Cottbus, bedecken den gesamten Südraum unseres Landkreises als weiterführende Schule ab. Und ich glaube, das ist sehr zukunftsträchtig. Ich habe ja schon erwähnt, in Cottbus und im Landkreis wird es ja Aufwuchs an Unternehmen geben, damit Menschen und Menschen brauchen Bildung, weil da die Kinder und da sind wir genau richtig, ich denke mal, zur rechten Zeit am rechten Ort die Schule gebaut. Sie haben auch schon über Kooperationen gesprochen im Sinne von Praxisnamen, Lernen und Ganztagsschulen. Füllen Sie die beiden Wörter mal mit Leben? Die Ganztagsschule ist ja das Nachmittagsband, wo also Arbeitsgemeinschaften stattfinden. Da haben wir also auch schon mit dem Start der Schule, die in der Makarengo-Straße vor zwei Jahren begonnen hat, diese Arbeitsgemeinschaften gebildet. Ob das nun die Feuerwehrsache ist, ob das mit der Handwerkskammer Kooperationen gibt, das haben wir frühzeitig begonnen und diese Kooperationen, die wir dann im Vorfeld schon abgeschlossen haben, Industrie- und Handelskammer, Cottbus, Handwerkskammer, Cottbus, BTU, Cottbus-Sänftenberg, dort haben wir sogenannte Letter of Intent, also Zusammenarbeit uns gegenseitig versprochen und wollen einfach die Schüler, die wir hier ausbilden, einmal für die Handwerksberufe, deswegen gibt es auch spezielle Kabinette hier im Haus, wo man also von der Handelarbeit über Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, alles sich ausprobieren kann, gucken, wo liegen denn die Talente. Wir können die Industrieberufe hier mit, ich sag mal, unterstützen und wichtig ist, wir können auch die Seite, wer studieren möchte, kann also dann noch zur BTU, Cottbus-Sänftenberg gehen und was noch besonders schön ist, Cottbus bekommt eine zweite Universität und wer den Numerus Clausus schafft, also ein sehr gutes Abitur macht, der kann auch an der Universitätsmedizin hier in Cottbus studieren, ab 26 ist das ja möglich und ich sag mal, wir decken hier ein sehr breites Feld ab und das passt genau rein in diese Zeit. Sie hatten vorhin schon gesagt, die 50 Millionen Baukosten, roundabout, knapp drunter, werden komplett vom Landkreis finanziert, bis auf 25.000, die es für das Gewächshaus anscheinend gab als Förderung. Wie finanziert das ja für den Landkreis? Sind es Kredite oder war das in den Kassen drin oder wie ist da die Finanzierung angedacht? Da es keine Fördermittel gab, wo ich, ich sag mal, schon ein Stück weit enttäuscht bin, Schulen werden oftmals mit Fördermitteln gebaut. Wir sind nicht in den Genuss gekommen. Die Entscheidung im Kreistag war trotzdem zu fällen. Der Kreistag war an unserer Seite, der Verwalter hat gesagt, okay, wenn der Bedarf da ist, dann gehen wir auch in die Finanzierung ganz klar rein und es ist in der Tat kreditfinanziert. Dann gucken wir mal auf, wie die Schüler herkommen, weil das ist dann auch immer wieder eine Kritik. Klar, der Bus hat eine eigene Haltestelle bekommen, zwei sogar. Ich habe, glaube ich, Elterntaxi-Parkplätze entdeckt, zum Einsammeln und Rausgeben der Schüler. Aber natürlich, das Fahrrad ist bei sieben- bis neuntklässlern wahrscheinlich das Verkehrsmittel Nummer eins neben dem ÖPNV. Da gab es Kritik, gerade im Bereich, glaube ich, aus Kolkwitz, Hähnchen kommend. Sie hatten eine Lösung angedeutet. Skizieren Sie die bitte. Ja, also man muss erst mal darauf schauen. Wir sind ja hier an einem Wegekreuz, die Bundesstraße B169 und die Landesstraße 50. Diese Straßen haben Radwege. Also aus dem Süden, aus dem Westen, aus dem Osten können die Kinder schon mit dem Fahrrad hier ankommen. Einzig und allein haben wir in Hähnchen, in der Ortslage Hähnchen, eine Problematik. Das wissen wir aber schon lange und haben uns auch schon sehr zeitig, also vor über vier Jahren, beziehungsweise vor fünf Jahren, mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, dort sind nämlich Baulastträger, auseinandergesetzt und ganz klar benannt, hier brauchen wir eine Lösung. Und in den vielen Gesprächen ist klar herausgekommen, der Landesbetrieb wird diese Straße anfassen. Die Achse muss teilweise, die Straßenachse muss teilweise verschwenkt werden, um einfach einen Rad und Gehweg noch anbauen zu können. Und als Interimslösung, weil Straßenbauprojekte ja bekanntlich etwas länger dauern, wir reden da manchmal von 10, 15 Jahren, wollen wir das aber hier in etwas wesentlich kürzerer Zeit erledigt haben. Also wir reden so von 2026, soll das dann umgesetzt werden. Und als Zwischenlösung haben wir mit der Polizei, mit dem Landesbetrieb, als Baulastträger und anderen klar festgelegt, hier muss eine besondere Beschildung kommen. Es ist also hier vorgesehen und das ist ja schon montiert, dass also zwei Radfahrzeuge, also Fahrräder, Motorräder hier nicht überholt werden dürfen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung, der Randbereich wurde nochmal befestigt in der Ortslage. Darüber hinaus haben wir noch eine kleine Umweich-Ausweichstrecke über der Autobahnbrücke ausgewiesen und die ist auch hergerichtet, also kann auch genutzt werden. Also damit ist für die Schüler, die jetzt mit dem Fahrrad kommen, also der Weg, ich denke, schon mal ganz ordentlich hergerichtet. Und darüber hinaus will ich mal ganz klar sagen, wir haben den ÖPNV-Schülerbeförderung. Und das haben wir auch so organisiert, dass wir also aus allen Himmelsrichtungen und allen Ortslagen die Kinder hierher befördern. Und der sicherste Weg ist mit dem ÖPNV. Eine zweite Sache, die auffällt, ist, es ist ein Flachbau, es ist ein kommunales Gebäude. Es ist eine Wärmetechnik installiert mit Wärmepumpen, Sie haben das schon erwähnt gehabt, und Lamellentechnik, die in der Nacht hier alles belüftet und so weiter. Eine Solaranlage fehlt aber auf dem Gebäude. Warum wurde die nicht mitgedacht? Darüber haben wir nachgedacht, haben wir aber dann am Ende verworfen. Ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch nachträglich zu rüsten, das ist denkbar, ja. Aber die Fachleute haben uns das so ausgerechnet, dass wir da an der Stelle erstmal verzichten können. Und so, dass wir auch mit, ich sag mal, im Niedrigstrombereich arbeiten können. Wärmepumpe, beziehungsweise das Lüftungssystem, das Nachtlüftungssystem, wo die Belüftung dann automatisch zu einer bestimmten Zeit abends eingeschaltet wird. Fenster geöffnet werden, aber die sind so geöffnet, dass man da so nicht reinsteigen kann. Das ist also auch ein Sicherheitsaspekt, das ist also mit bedacht, so dass wir dann erstmal auf PV verzichten konnten. Aber es ist denkbar und ich sag mal, am Ende so eine finanzielle Frage, müssen wir einfach mal schauen, wie die Zukunft sich weiterentwickelt. Und wenn es erforderlich ist, dann werden wir es natürlich auch tun. Aber ja, da muss man sich auch wieder tief in die Augen gucken, kostet Geld, muss man Kreistag fragen und so weiter. Worauf freuen Sie sich an der Schule am meisten? Nochmal. Worauf freuen Sie sich bei dieser Schule am meisten? Worauf ich mich am meisten freue, ja. Also erstmal, dass wir überhaupt als Landkreis so eine Schule bauen durften. Das ist schon mal eine Riesenfreude. Das würde ich sagen, das war für mich auch so ein Herzensprojekt. Also ich habe das von Anfang an mit begleitet. Eine total moderne Ausrüstung. Also ich freue mich für unsere Schüler, dass sie so eine Lernbedingung haben. Dann ist das gesamte Gebäude lichtdurchflutet. Das ist auch schon mal ein ganz besonderer Aspekt. Wir haben also nicht nur an die Unterrichtsräume gedacht, gut ausgerüstete Kabinette, sondern auch den grünen Bereich. Wenn wir heute durch das Gebäude gehen, sehen wir die Atrien. Die sind schon bepflanzt. Da blüht und wächst es. Wir haben eine Dachbegrünung. Wir haben im Außenbereich entsprechende Bepflanzungen. Einen tollen Sportbereich. Im Hintergrund des Sportbereiches wird nochmal eine Ersatzmaßnahme, also Bepflanzung durchgeführt. Das ist alles Herbstpflanzung gemacht. Einen tollen Schulgarten. Und wie gesagt, dieses schöne Gewächshaus, das spricht alles für sich. Ich bin also rundherum zufrieden mit dem, was wir heute hier präsentieren können.